Vielen Dank. 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 Ja. Ja, gibt es vielleicht auch schon Fragen, die ihr hier Herren loswerden wollt, was euch vielleicht interessiert, so Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Ja, das ist ein konkretes Problem, das ist ein konkretes Problem, was ihr gleich mal habt. Also vielleicht wäre es mal ganz interessant. Also vielleicht wäre es mal ganz interessant, könnt ihr vielleicht sagen, ob es gibt es vielleicht Zielgruppen, bestimmte Zielgruppen oder Einsatzszenarien, für die sich eure Anwendungen besonders gut eignen, oder vielleicht auch Budget-Rahmen, was man sagen kann, was da so ein sinnvoller Einsatzbereich ist. Wie kann man das ist? Ich habe nicht nur mehr als eine Handvoll, sondern ich glaube, ich brauche mehr als Tausend Produkte, die man natürlich gut verwalten möchte. Aber wichtig ist, ich habe ein CMS, wo ich einen Schock reinbringe, das ist eine Hauptaufgabe, wenn ich das nicht habe, sondern eigentlich ist meine Hauptaufgabe ein Schock, dann würde ich im Moment auch eher dazu tendieren, den Schock das Hauptsystem zu definieren. Und dann vielleicht irgendwelche CMS-Features dazu kommen, wie es ein Interrogent oder ein System für Typo 3 macht oder ein Schock oder ein anderes Schocksystem machen kann. Weil das ist dann der Zweck der Webseite, dann möchte ich was machen, das ist mein Ziel und das sollte dann das Hauptsystem sein. Ja, also wenn sehr Content betrieben wird, sind die Anwendungen, was man jetzt Webseite nennt oder Schock, das ist ja eigentlich ein Hinsprung dann immer, das ist eine Anwendung. Dann ist Magento ja nur suboptimal geeignet, zum Beispiel, Magento 1 hatte irgendwie zur lange Zeit das CMS-System, das andere war, so den Namen eigentlich nicht verdient. Und naja, genau, jetzt finde ich schon mal noch einen guten Punkt, dass man wirklich betrachten wollte, was will ich eigentlich mehr. Ja, das ist mir der Content wichtig genug, wenn ich sage, ich will nicht wissen, ob ich den CMS-Featuren oder in die Anwendung will. Ja, da kann ich mich gerade im Prinzip anschließen, also wichtig ist halt sozusagen, Typo 3 ist die kührende Komponente in dem System, es geht halt sozusagen grundsätzlich um Content, um die Produkte, und die Produkte spielen halt sozusagen, das Ziel des Verkaufens von Produkten spielt halt eine untergeordnete Rolle, wir haben das halt oft in Ticketbuchungssystemen oder so drin, im Karten unterscheidet sich da im Prinzip noch ein bisschen von Commerce, weil wir halt beliebige Produkte Storages anbinden können, also eigene Produkttabellen, das kann auch theoretischerweise ein XML-File sein oder irgendwie in der API, wo die Produkte herkommen, die kann man halt in den Warenkorb legen, es können halt komplett unstrukturierte Produkte sein, und wir haben halt die Möglichkeit, im Prinzip ein Produkt mit eben beliebigen Titi-Content, mit Elementen eben zu arbeiten in der Beschreibung, um halt sozusagen sehr flexible Produkte abzubilden, und ja, für eine Komponente ist halt Typo 3, und so integriert sich das halt auch. Und wichtig ist halt auch zu sagen, dass die Redakteure halt grundsätzlich eben mit dem Typo 3 arbeiten und dort halt auch die Bestände drin verwalten können, und da eben eher eine PIM-Anwendung eine untergeordnete Rolle spielt. Also im Moment gibt es halt keine PIM-Integration in Typo 3 für Card, da haben wir noch keinen Anwendungshall gehabt, wo halt sozusagen Produkte aus eben anderen Anwendungen kommen und dann halt sozusagen ins Typo 3 reingepusht werden, und dann halt sozusagen die Pflege von den Produkten eben außerhalb von Typo 3 erfolgen. Das ist bei Aneos eher Standard, also die Produktdaten oder Daten kommen grundsätzlich aus anderen Systemen, also Airwaysystemen in der Landwirtschaft, was du ja etwas vorstellen kannst. Grundsätzlich Zielgruppe von Aneos von Entwicklern führen können, es geht darum, dass die Entwickler mit dem System möglichst möglich sind und alles umsetzen können, was sie sich Kunden oder was sie entweder die Kunden vorstellen können, oder was sie sich dann direkt vorstellen können. Also es ist so flexibel, dass wir es wirklich für alles nutzen können, also nicht nur für Shops, sondern auch für alle Sachen, die jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick so aussehen, dass wir eine Wirtschaftssysteme brauchen würden. Deswegen heißt das, dass wir das nicht mehr so gehört. Aneos ist, dass wir kein integriertes, vielleicht CRS haben, noch ERP, CRM, PIM-System oder was auch immer, sondern dass es sich eben Daten aus anderen Systemen zieht, beziehungsweise Daten vor einigen anderen Systemen schiebt. Ist es eigentlich eher gedacht für, sagen wir mal, so mittlere Dysposien-Projekte? Also man kann es zum Beispiel auch für ganz kleine Produkte, oder von Teilen auf einseitig nur ein Produkt verkaufen, aber das ist auch ein Ziel für uns. Sondern wirklich, wo es um Anwendungen geht, wo Firmen spezialisierte Systeme für ihre spezifischen Produkte haben. Weil es ist ja immer so, wenn man irgendwas braucht, jetzt zum Beispiel eine kleine Landwirtschaft, man mag das für kleine Kunden funktionieren, für große Garantie, und man kann es nicht von ihr alle reinigen Systemen haben. Deswegen würde ich da eher so, was auch keinem gibt, aber es ist nicht mehr auf den Fokus. Ja, Magento ist irgendwie eine ganz interessante Situation, weil Magento ist ja offenslos, aber es steht diese große amerikanische Firma, der hinterher an, namens Magento. Und das Produkt selber hat sich über noch viele Jahre weiterentwickelt, dass die Zielgruppe jetzt eigentlich gar nicht mehr so eindeutig bestimmt werden kann. Es gibt diese Open-Source-Variante, die ist eigentlich für kleine bis mittlere, self-horsed Merchants, Händler gedacht, und die man halt runterladen kann, die über drei installiert, mein Geld darf man draufsetzen. Ja, aber dieser Use Case ist eigentlich, der wird zwar offiziell immer noch supportet und so weiter, aber ich finde es eigentlich unrealistisch für das System wie Magento, denn es ist technisch wirklich relativ anspruchsvoll. Die meisten Projekte, in denen ich arbeite, die fangen an, also natürlich gibt es viele, viele kleine Projekte, Budget, also ich sehe immer wieder Leute, die dann so einen Shop für 5000 Euro umgesetzt kriegen, das ist aber, naja, also eigentlich erfüllt sich das System mehr zu Hause in einem etwas größeren Umfeld und das ist tatsächlich auch, würde ich sagen, so, dass die Pflege der Produkte im Backend ist wirklich die Ausnahme. Ungefähr die Hälfte der Budgets, an den Projekten, wo ich bin, der Zeit, die man verwendet, um Shops zu bauen, sind die Integration mit diversen anderen Systemen, außen rum, sei es über Telemarketing oder Callcenter, oder Aufgaben, oder, 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 was es halt alles gibt, oder Management System, CRM und so weiter. Und die Budgets, die sind, denke ich mal, ich weiß natürlich nicht, wie viele Entwickler, aber eher so um die 250.000 plus, würde ich sagen. Und dafür hat Magento als verschiedene Pakete geschmiert. Es gibt die ehemals sogenannte Enterprise Edition, wir haben jetzt alles umgenannt, über viel Kropf, aber egal. Die Enterprise Edition, die kostet halt jährlich eine gewisse Gebühr, man kriegt Zusatzmodule, die zum Teil interessant sind, zum Teil wirklich nur in Ausnahmefällen. Dann gibt es auch eine SaaS-Version von dem ganzen Ding, die über Platform.sh, White Label-Lösung, gemanagt wird. Dann gibt es jetzt eine neue Version, die ist speziell auf B2B ausgelegt und wurde released. Das heißt, das ist ein Vertical, für das wir spezielle Versionen haben, für den B2B-Bereich, wo dann wirklich so kundenspezifische Preislisten und alles mögliche Verkürungen, die so gekauft werden können. Dann gibt es ein Vertical, der ist speziell für den Textilbereich bedacht, Klamotten und so, weil da war die größte Kundengruppe im B2C-Bereich im Magento-Umfeld. Also je nachdem, was für ein Händler kommt, kann da ein verschiedenes Paket Sinn machen. In Deutschland würde ich sagen, ist die klassische Magento-Anwendung ein Händler, der vielleicht ein, zwei Inhouse-Entwickler hat und eine Agentur, die das Ganze begleiten, aufbaut und mitverfolgt. Macht das Sinn? War das die Frage? Ich habe vergessen. Ich bin ja nur die Kliniken. Ich weiß, ob wir auf das Thema Anwendung eingehen, aber das ist ja auch so der Punkt, wenn man sagt, wo kann man die Daten einhören? Das ist, ich sage mal, für Commercial ein sehr stark Anwendungsfall. Wir haben hinter die Datenmodelle, wo wir relativ stark Attribute ablegen. Und das heißt, die Möglichkeit besteht schon, dass man da ab, aus dem Pin strukturierter rein legen kann und auch nutzen kann, sie anzeigen kann, technisch da eine Größe, breite Höhe, name it, in irgendwelchen Strukturen und das dann auch wieder innerhalb von Typo 3 weiterverwenden kann. Also der Fall, dass man da steht, 10.000 Minuten reinmacht, die eine Minute drin hat, diese Attribute dann in so einer oder lässt sich schon weiterverwenden innerhalb der gleichen Webseite. Das ist schon sehr, sehr stark anwendungsvoll. Das ist auch das, was, wenn wir es einsetzen, 80 bis 90 Prozent der Fälle ist der Fall, dass wir Datenquellen haben, die auf Extert kommen, die Daten aufstrukturieren, die Typo 3 lesbar darstellen. Das heißt, dass die Kunden nicht klarkommen, was sie in den SAP welche Scheiße sehen, dass dann auch breite und vernünftig dargestellt wird und dass dieser Warenkopf eigentlich ausgegangen ist. Das kommt dann irgendwann später mal, wenn der Kunde sich dann entschieden hat. Ja, ich traue mich, um einen zu bekommen. Insofern ist die ganze Anwendung das habe ich schon gesagt, die da relativ wichtig zum starken Brandenstift rein schubsen kann und dass die Sachen auch mit der Typo 3 ab nicht rein schubsen können. Genauso Datensatz rein und nicht mit der Datenbank um den Punkt zu lösen. Also jetzt auch auch die A. Was man bei, du hast, ich glaube, das ist ein paar Minuten zu vergessen, aber war, dass man manchmal sehr komplex ist, die auch möglich ist. Das ist ja nicht ähnlich wie bei Magento. So die Standardfälle, ich glaube, ich könnte jetzt alle Systeme für mich abzuschließen. Interessant ist es dann, wenn es so erstens in den Bereich B2B geht, wo du extrem komplexe Konfigurationen hast mit grundspezifischen oder grundschutzspezifischen Bereisen unter den verschiedenen Mandanten oder Spezialfälle, die sich nur für viel ausdenken können. Das andere ist, wo Anios auch einen Fokus drauf liegt, einfach im besten Mal am Fall es können, sind Marktplätze. Man kann mit Anios sehr gute Marktplätze bauen, die nicht komplex werden können. und da steckt so ein bisschen die Schlecke von anders, wenn man es wirklich auf die Spezialität nimmt. das ist Du hast jetzt noch einen Stichpunkt gesagt, in der Anios wie sieht es da bei den anderen Sitzern aus? Lübsor, in der Anios Ja, man kann, ich glaube, das war auch ein Grund für uns am Anfang sehr erfolgreich, weil es rauskam, gar nämlich auf dem Markt nicht, das ist vergleichbar, aber man kann mehrere Webseiten, die von außen komplett getrennt aussehen, innerhalb einer Instanzbetreibung, innerhalb einer Datenbank, mit oder ohne Produktdaten, Cross- und Kundendaten, Cross- oder auch nicht. Viele Leute haben es auf die Spitze getrieben und haben dann, ich erinnere mich an einen Fall aus der Schweiz, wo dann jeder Reseller von dem Hersteller hat jetzt einen eigenen Shop von Magento bekommen, die hat dann 1700 Shop von einer Instanz von Magento. Katastrophe, dafür war das nie gedacht. Also, die Dinger müssen für den richtigen Zweck eingesetzt werden. Aber in einigen Fällen macht es Sinn, was Eigenes zu implementieren, anstatt irgendetwas blieb und rechnen, was es da ist, um zu biegen, dass es irgendwie einflussend ist. Ich hätte eine Frage mal gerade, ich erinnere mich, Magento, weil das ja aus dem USA kommt, war da früher so ein Problem, dass es nicht alle deutschen Vorschriften erfüllt hat, da gab es dann noch irgendwie so ein Market-Ready-Germany-Paket oder so. Braucht man das eigentlich immer noch oder ist das Geschichte? Also, es gab verschiedene Vorschriften, es gab Market-Ready-Germany, es gab ein, zwei, drei Stück davon. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich bin doch Programmierer. Da kümmere ich mich wirklich um die Fragen, da kann ich dir leider keine Antwort machen. Mittlerweile sind einige, ich sag mal so, ich gebe auf Magento-Entwickler-Trainings. Und als Magento die offiziellen Trainings damals entwickelt hat, habe ich dann mit denen zu meinem Selbst dazu gegeben und habe gesagt, ja, was euch da fehlt, ganz wichtig, das Thema Lokalisierung. Und die Lokalisation, who uses that? Also, von daher, damals war das nicht wirklich im Fokus. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus, aber wie das jetzt rechtlich genau im Moment ist, weiß ich nicht. Sorry. Da kommen dann die Agenturen ins Spiel, glaube ich. Oder die ganzen Sales-Channel. Sie ist nicht tot. Ich habe nicht tot. Es gibt doch, glaube ich, schon Fire-Agento und Journalist-Setup. Richtig, das gibt es. Aber ich weiß nicht, ob das für Magento 2 auch gibt, oder nö. Das weiß ich auch nicht. Fire-Agento ist ein Open-Source-Gemeinschinger-Verein, der Extensions-Plieg für Magento. Ja. Wir hatten vor allem im Bereich Content-Marketing mal angeschnitten gehabt. Wie sieht es denn da mit die Wierbarkeit bzw. die Verknüpfung des Produktkatalogs hin zu Content und zurück aus? Wollen wir vielleicht erst mal in die Antworten antworten? Dann können wir bitte eigentlich gerne die Frage reinlassen. Ja. Ja. Das ist aber der ist bei der noch in der Linken. Genau. Das muss ich mal herzlichen. Ja. Das muss ich mal herzlichen. Ja. Vor allem, das könnt ihr beliebig viele Mandanten in einer Installation unterbinden. Die gibt keine Dinge. Und auch, ob ihr gewartet habt. Und selbst die könnt ihr das abteilen. Ja. Bei Magento, wenn ich mich wichtig erinnere, ist das Konzept bereichend möglich? Also dazu wird es oft benutzt, ist aber eigentlich nicht so gedacht. Die eine Stufe ist gedacht für Lokalisierung und dann geht es in die genannten Websites und die ist für die Mandanten. Und die ist also gerade auf einer Ebene. Okay. Deswegen leihbüglich war dann die Anführation an die Mandanten in der Presence. So ist es eigentlich gedacht. Ab und zu ist es gleich. Bei Meos ist das anders. Es gibt eine Expansion, mit der man beliebig tiefe, große Baumkrankungen erzeugen kann. Also das können tausende Mandanten in einer Baustelle sein. Die man dann entweder, je nachdem was braucht, also der Marktplätze von unten aggregiert. Und welche Produkte auf eine, ich nenne es mal Marketplace-Ebene liegt. Und dann das bestellen kann. Oder es gibt die andere Möglichkeit, top-down, vererben. Geht auch zusammen. Was man sagen, was bei B2B-Systemen häufig im Einsatz hat. Dass man Produktdaten einmal kriegt und die vererben sich dann unterschiedliche Verhandlungen. Und das ist, wie gesagt, wieder im E3-Log & Brighten gestellt. Und dann kann man auch, also ich glaube, was ist sowas in der Wirtschaft von einem EOS, was man am meisten anfangen kann. Also wo es dann wirklich extrem komplexes Erhabs gibt. Da können wir, glaube ich, auch bei B2B-Systemen. Ja, da jeder hier Typo3 so ein bisschen kennen sollte, beziehungsweise die meisten, bis er ja das Typo3 halt sozusagen mehrere Webseiten in einer Instanz verwalten kann. Und damit ist es theoretisch auch kein Problem, sozusagen eben einen Gruppe Ordner, wo die Produkte drin liegen, zu sharen oder das halt zu strukturieren. Sicherlich steht das Balkan nicht im Fokus irgendwie markantes Machen. Die Einschränkung ist halt die, dass Card für die unterschiedlichen Seiten oder Mandanten in dem Fall keine unterschiedlichen Preise verwalten kann. Also es gibt halt ein Produkt, was halt sozusagen an unterschiedlichen Seiten unterschiedlich dargestellt werden kann. Aber es ist halt immer noch dasselbe Produkt und es ist halt nicht so ohne weiteres möglich, sozusagen zu sagen, für die Seite zeigt jetzt einen anderen Preis an oder das Produkt hat halt auf der Seite einen anderen Preis als sozusagen auf allen anderen. Also das ist halt, da muss man dann halt bei Card im Moment zwei Produkte anlegen oder halt über Cygnus dort sich dann reingucken und da halt schon die Dinge selber tun. Also von Haus aus geht es halt nicht. Die Möglichkeit besteht aber nicht ohne selber was zu programmieren. Also Typo 3 und die ganzen Sachen mit mehreren Bäumen und Language-Overlays und so. Das kennen wir. Das kann Commerce auch. Commerce kommt in der Produktverwaltung auch mit einem eigenen Baum, ja, wo eben man halt die ganze Reboote auf den Baum hängen kann, dass man sagen kann, bei Batterien habe ich nur die Voltzahl dabei und das gibt es dann als viel Batterien dahin. Und dieser Baum ist genauso aufgebaut wie der normale Typo 3 Baum. Das heißt, ich kann da auch entsprechend verschiedene Bäume machen, verschiedene Mandanten. Ich kann da auch die Language-Overlays machen. Ich kann da genauso die Rechte draufsetzen. Das heißt, diese ganzen Sachen, die ich von Typo 3 her kenne, wie ich mit mehreren Mandanten da arbeiten kann, versteht das System. Ich kann dann auch im Bereich des Cards verschiedene Storages ablegen. Das heißt, dass ich verschiedene Bestellfote habe und Bestellungen kenne, dass der eine Kunde nicht den anderen Kunden reingucken kann. Dieses System ist auch da drin. Inwieweit sowas rechtlich zulässig ist, dann mit zwei verschiedenen Kunden in einer Typo 3 Instanz zu arbeiten, wo personbezogene Daten drin sind. Das sollte man vielleicht auch beim Anwalt prüfen lassen, besonders wenn nächstes Jahr die neuen Rutsch zur Ordnung kommen. Das weiß ich nicht. Ich würde jedem empfehlen, wenn ich einen Multishop aufsetzen möchte mit mehreren rechtlich getrennten Firmen, dann würde ich immer dazu übergehen, ich mache auch die Trendsagistellation, einfach um die Sachen sauber zu trennen und nicht in so einen Problemfall zu kommen, wie verwalte ich denn innerlich welche Daten, das kann ich immer anders reingucken. Das ist jetzt gar nicht da, da wahrscheinlich gar nichts passiert. Ja, denke ich auch. Ich würde jetzt ja auch machen, um die Situation zu messen zu müssen. Was Anwaltungsfall wäre, weil ein Produkt hat mehrere Marken. Ja, ein Verzerrt hat mehrere Länder, mehrere Marken. Verschiedene, ähnliche Produkte. Das ist ja so ein Standart, weil das macht man nur von einem Typo 3, macht man ja auch nicht, wie es ist ein neues Typo 3. Okay, vielen Dank. Wollte ich jetzt deine Fragen aufwenden? Also du hast ja gefragt, wie kann ich quasi den Marken, den Commentsanteil und den Content, wie kann ich denn das System zusammenbringen? Genau. Welche Möglichkeiten habe ich da? Also optimalerweise habe ich ja die Möglichkeit, einerseits Content getrieben, auch meine Produkte zu verweisen, aber andersrum geschickt hat die Möglichkeit, dem Shopsystem bestimmte Erweiterungsartikel dazu anzubieten, also nicht Artikel von Produkten, die man kaufen kann, sondern lesbaren Artikeln, irgendwelche Erklärungsanleitungen dergleichen. Und da ist dann einfach die Frage, wie können die Systeme da überbreitend verzahnt werden? Okay. Kann man dir was sagen? Ich sage einfach nur Typo 3. Also ich habe Content, und wenn ich da etwas verdienen möchte, mache ich den Link-Picker auf, und wähle da halt ein Commerce-Programm aus, und der liegt jetzt da. Ungekehrt genauso, ich habe Content im Commerce-Programm, kann man aber genauso auf den normalen Formen in den Blick dazu sagen. Es ist Standard, wie es halt im Typo 3 mit dem Content LLM funktionieren würde. Funktioniert. Nichts Besonderes, kann sogar ein Artikel- oder Produktdatensatz mit auf eine Produktseite, auf eine Artikel- oder Content-Seite packen, als einzelne Datensätze, die man drauf gemacht hat. Das ist entsprechend, das ist ein Punkt bereiert. Ich würde die Frage gerne wieder rein, an der Stelle, ich weiß nicht, man muss nicht sagen, die Produkte auf den Humans zu bringen, und gerne auf vielen Fabriierungszeiten machen, das ist dann wieder Probe, wo muss man dann irgendwie so weit bringen, dass es richtig scheint, dass man die überhaupt eine Liste versteht und sich über den Texte nicht immer optimiert. Ich würde mich auch interessieren, welche Möglichkeit Produktlistings habe ich anzubrechen, textuell in der Lösung zu errichten. Also Produktlisting, die Kategorie, able seven manifest auch fertig. Wenn das Paginier ist, genau das ist diese Antwort, die du gerade gesagt hast, die finde ich sehr spannend, aber geht derzeit nicht, weil die Paginierung ja auch dynamisch ist. Also manche paginieren nach 10, manche nach 15, manche nach 30 Artikeln, manche paginieren gar nicht. Das halte ich für, also es ist auch spannend, da eine inhaltliche Verwaltung für zu machen. Und halte ich, also ich bin jetzt kein glücklicher Seels, aber bei den großen Shops, die wir betreuen, weil es ist ja noch nie eine Anforderung, weil die gesagt haben, das macht eigentlich auch derzeit nicht in der vierten Seite gar keinen Sinn, die möchten wir so und so als Paginierung einzeln. Aber klar, muss man sich überlegen, wie man sowas verwaltet und ja, vielleicht gibt es ja noch ein Irre-Element, wo man dann sagt, hier Paginierungstext, erste Seite, zweite Seite, das ist Typo 3 einzeln, die muss man dann implementieren. Ja, zur Content-Marketing, im Prinzip, wie schon gesagt wurde, es ist halt Typo 3 und es ist halt in Typo 3 integriert, also die Verlegung zwischen Content und Produkten sollte halt ohne weiteres möglich sein, so wie man es kennt, gerade wieder nach wie vor noch die Möglichkeit, komplett ohne Produktdatenbank zu arbeiten. Es gab halt ursprünglich mal in WT-Card so ein Flexform-Element, wo man halt sozusagen einfach eine Seite definieren konnte und sagen konnte, unten machen wir mal sozusagen einen Plug-in rein, wo der Preis drin steht und dann wurde das halt sozusagen in den Waren fortgelegt, diese Funktionalität gibt es immer noch, also man muss halt gar nicht wirklich mit Produkten arbeiten. Die Anforderungen mit unterschiedlichen SEO-Texten auf unterschiedlichen Seiten, habe ich beim Shopware-Projekt letztens halt gesehen, geht halt so ohne weiteres nicht. Also ich denke, dass man da im Typo 3 Bereich sicherlich eine Lösung finden kann, mit Fluid dann halt über Conditions sowas irgendwie umzusetzen, aber halte ich für schwierig und ist, glaube ich, also Karte zielt halt auch gar nicht so auf Produktkatalogen, wo es halt wirklich um 5, 10 Paginierungsseiten geht. Also sicherlich kann man es umsetzen, aber ich glaube, der Fokus ist halt ein ganz anderer. Also wir machen halt eher viel mit Kategorien, mit assoziierten Kategorien in den Produkten und dann wird halt sozusagen für die Kategorien dann halt entsprechend Text hinterlegt. Die Integration von Amios und Typo 3 ist sehr gut. Also ihr habt auch die Möglichkeit, also im Prinzip sind alle Möglichkeiten, wie auch sie im Daten mal konfigurieren können. Ihr könnt also mehrere Listen treiben, z.B. mehrere Detailansichten auf einer Seite machen. Dann könnt ihr entsprechend deklarieren, damit sie halt vielleicht nur noch die Überschrift und die Preisanzeige in den Karten hatten. Die Integration ist jetzt aber nicht so extrem tief wie bei euch beiden. Also das kommt über den Link-Browser hin, das ist das Einzige, was hier steht. Oder über den Content-Browser. Zu deiner Anforderung ist gleich, also geht nicht ab auf die Box, weil es gleich die Teile umzusetzen, weil wir für jede Kategorie wirklich viele Texte hinterlegen können. Du müsstest eigentlich immer Texte mit dem entsprechenden Typ hinterlegen und wie du schon gedacht hast, Magento war zumindest was CMS angeht, echt sehr stiegmütterlich verhandelt. Es gibt jetzt ein Produkt, das Magento auch gekauft hat dieses Jahr, namens Bluefoot, von der Firma aus UK. CMS ist natürlich bei weitem Typ 3 unterlegen, was jetzt Grundsatzabbildung angeht. Aber was einfacher Content-Pflege angeht, ist es wirklich relativ sexy, was die Leute mögen sehr, was das Interface angeht, die User-Experience-Deckern. Und da ist verlinkt zwischen Content und Produkten sehr einfach, direkt verlegen. Und auch das Platzieren von Content innerhalb vom Katalog ist einfach und eins sehr steckwert von diesem Produkt. Das Ganze ist momentan, erstmal haben sie es vom Markt genommen und wird jetzt in der 2.3-Weltung, die kommt quasi dann als Core, Teil des Core, die wir mit hineinkommen. Ich habe keine Ahnung, ob es auch in der Open-Source-Variante drin sein wird oder nur in der anderen, vielleicht wissen sie es selber noch nicht. Ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Aber das gibt es da. Was ich noch relativ spannend finde aus Entwicklersicht, ist, dass jetzt bei Magento 2 sämtliche Use-Cases, die so vorgesehen sind im Core, über eine REST API abgedeckt sind, oder REST API-Source, selber unterliegende Code. Und deshalb habe ich schon einige Produkt-Widgets oder so, um die woanders einzubetten, benutzt, weil es halt als Entwickler super einfach ist, darauf zuzugreifen und die Garten mitzumachen. Und wenn da irgendwelche Daten fehlen, ist die für mich als Entwickler auch sehr leicht zu erweitern. Und das ist einer der Teile von Magento 2. Und ich bin gerade echt kein uneingeschleckter Fan von Magento 2. Es gibt einige Bereiche, die mag ich gar nicht. Aber das ist ein Teil, der macht sehr viel Spaß bei den Entwicklern, der halt damit Zeug zu bauen. Vielleicht zu deiner Frage noch eine kleine Ergänzung. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir auf dem Hemd der Boris Finzer von Wettwischen einen Vortrag gehalten, Indikation von Typo 3 Content in Magento. Das ist eine richtig krasse SEO-Anwendung, die da für Magento geschaffen hat, oder die Wettwischen für Magento geschaffen wurde, wo zum Beispiel auch solche Sachen umgesetzt waren. Deswegen haben wir das jetzt eingefallen. Auf jeder Pagination-Seite einen neuen SEO-Text über, der wieder ein bisschen anders ist, ein bisschen unterschiedlich ist. So was gibt es zum Beispiel dort Typo 3 mit Magento. Ich glaube, da wir noch angekrochen hast, Jason-West-Porties ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da war der eine oder andere vor ein, zwei Stunden auch in dem Vortrag Jason-West-Porties. Bei Amios kann man auch komplett Front-Hand, im Backend für den Shakespeare-Porties steuern, was auch in Linien-Backend schon für entsprechende, ich weiß nicht, schnauers, wie lastige Webseiten eingesetzt wird, oder im Backend, dass man halt über andere Systeme, das System-Kernsteuer, das ist auch eine der größten Schärten. Ich habe keinen Sorgfokus. Ja, dieser Meinung ist auch noch nicht mehr so entscheidend. Aber Jason-West-Office ist schon extrem weit. Kann ich eine Frage kommen? Anbindung, Amazon, Ebay, so Pile-Maschinen, das ist ein bisschen der Galerie-Verteilnis, wo Action-Pies dran sind, wo es Pile-Zift gibt, das ist ein sehr guter Mensch. Danke. Da möchte ich beginnen. Also, da gibt es für Karten noch nicht. Also, kann man sicherlich selber schreiben, aber es gibt es halt nicht in Karten vorgesehen, dass es halt irgendwie so eine Amazon-Marketplace-Integration gibt. Also, es gibt halt eine Anfrage für das Paymentsystem von Amazon, aber im Grunde für die Marketplace-Integration. Also, wurde noch kein Glauben angemeldet und ich sehe es halt auch nicht sozusagen im Fokus für Karten. Deshalb gibt es das noch nicht. Ich hätte eine andere Frage. Ja. Also, ich gehe jetzt auf verschiedene Ziele. Also, das ist so wirklich halt anders. Natürlich, ich kenne es auch noch mal Geld, die man in der M2E zum Beispiel spielt. Und das heißt, ich habe ja jetzt wirklich in der M2E-Verteilung da sind verschiedene Angemarkte. Exportiert sie quasi da hin. Und ob das jetzt das Ziel ist ein eBay oder ob das jetzt das Ziel ist, das kann man auf Amazon oder ob das jetzt das Ziel ist, Export- oder CSO-Preisung zu bestimmen, das ist dann quasi nur ein Ziel, was man eigentlich auch nicht beziehungsweise technisch. Das geht eher mit anderen zu sagen, dass wir uns die Kraft und Weitungen langen, dass wir drei, so viele Füge-Karten, die wir halt nicht wie, die wir nicht entnehmen. Also, das ist ein Problem. Also, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Das war der Punkt. Genau. Das ist ein Problem. Und es gibt gerne, ansonsten wäre schon mal bei den ganzen Systemen. Drücken wir es mal so, das haben wir mal gemacht. Ist aber jetzt aktuell nicht der Kernfokus von Commerce, das so was zu machen. Weil, wenn ich so etwas machen möchte, so eine vollständige Position, das ist ein Job-System. Das ist ein Job-System. Das ist ein Job-Fokus. Wenn ich die ganze Sache bei Marketplaces raushauen, weil ich auch gar nicht mehr selbst der Wohner des Hauptes sein, das schiebe ich mal so hin, so hin, sind super gemein, dass ich überall sein möchte, dann würde ich sagen, klar kannst du das machen, wenn du ganz viel probieren möchtest, aber hier im Job-System, weil es das entsprechend besser ist. Weil dann spielt der Content nicht mehr die Rolle. Dann habe ich ja gleich eure Produkte, die ausgeschaltet werden, die Tonik, sonst was, wo dann einer in einem in einem Tag noch viel. Manchmal sei da nicht mal der Shop der Fokus oder ein PIN oder ein ERP, wo dann der Shop mal einen Vertriebskanal ist. Ja, also, dann würde ich gesagt, dann wäre auch, würde ich ja sagen, Verlag auf dem Weg von Typo 3. Gegen auch ein Job-System, das das machen kann, oder vielleicht sogar ein Marketplace-System, das das auch präsentiert hat. Also, ich sehe dann auch Typo 3 sozusagen als eine der Komponenten, die dann da hinten anstehen. Also, die Anforderung wäre, ich habe ein PIN-System oder ein Job-System, was hat die Daten der Produkte, was zieht das ins Marketplace, und zieht das dann auch ins Typo 3, wie sie dargestellt werden. Ja, okay. Im Prinzip konnte ich ja kein Recht geben, also würde ich wahrscheinlich nur meistens hin machen. In Alias gibt es, glaube ich, noch nicht. Ich erinnere mich mal, dass eine Reihen für Google Shopping und Export geschrieben war. Ist aber auch sehr einfach zu integrieren. Ist im Wesentlichen nur ein Job-Controller für Exporte, den muss man halt dann nur auf die verschiedenen Tablets, die das entsprechend mit dem Archweiten. Also, in Magento hatte ich fast jedem Projekt irgendeine Art von Integration, entweder M2E, wie du gesagt hast, für eBay jetzt speziell, aber auch gibt es ziemlich viele, die alle diverse Unterstrukturen stärken oder Schwächen haben an Export, Funktionalitäten, also nicht Teil von Core. Was jetzt in der 2.2-Version neu dazugekommen ist, was ich ganz spannend fand, aber selber noch keine Erfahrung mitnehmen konnte, war, dass eine Facebook-Integration drin ist, aber was das allein ist, ist ja nicht weiter spannend, aber das Ganze ist gekoppelt an ein anderes Produkt von Magento namens RJ Metrics. Das heißt, die ganze Kampagne kann über Magento gesteuert werden, inklusive der ganzen Empfehlungen, wie der Absatz da entsprechend laufen kann. Und da ist die Integration ziemlich weit, tief, extrem wach, wie die das machen, da von der Business Logic, die jetzt bei Facebook zum Beispiel gerade hier quasi Tage, die Konjunktur geschichten. Und das ist automatisch mit der ganzen Information über die Produkte gekauft worden. Also die Sprache trägst du das dann? Mit der Anian-Software? Genau, die wurden auch von Magento gekauft. Die waren doch halt einige Körner auch, um so ein Gesamt-E-Commerce-Kontfolio irgendwie aufzubauen jetzt in laufiger Zeit. Und das war jetzt der erste Fall, wo ich gesehen habe, dass ihr Kernprodukt, also die Magento als Schottsystem, mit tatsächlich so einem anderen Produkt, das eigentlich eigenständig ist, so verknüpft haben. Was ich auch da ganz interessant finde, also wenn man so eine branche, was weiß ich, wie Unterhaltungselektronik zu Hause ist, dann kämpft man ja, dann hat man ja sehr wenige Stammkunden, da wird das vor allem der Preis, es wird recherchiert und entsprechend müssen ja die Handwärts dann in der Regel auch auf vielen Preising-Maschinen unterwegs und da fand ich so Produkte wie Channel Pilot nicht schlecht, könnte das. Also da habe ich wirklich nur mein Feed zu einem einzigen Anbieter und der kümmert sich darum, dass bei den ganzen, die Ideologien zusammen konfigurieren, da kümmert sich dann darum, dass die ganzen Feeds dann von dort aus ausgespielt werden. Und wenn es zum reinen Feed ausspielen geht, ist es natürlich auch, wenn man sagt, wie man das machen kann. Und der Punkt ist ja eher, man muss Abis ansprechen, um die dann zum Marketplace-Sachen zu machen, weil da muss ich ja sauber die Daten hinpushen, in dem Moment, wo eine Bestandsänderung oder eine Preisänderung passiert. Da muss der sofort Amazon-Karte sagen, hier ist das gerade eine Preisänderung, ich muss mit der Amazon-Abi da reinschubsen, damit das entsprechend da ist, und ich muss die Amazon-Abi auch wenn eine Bestellung da ist, und sie abarbeiten, sie markieren, und so weiter, das ist eine ganz andere Nummer, als einfach nur Produkt- und Titeldaten, die man bereitstellt. Also bestellte gehen dann auch, was natürlich rechnen, wenn ich auch die Informationen zurückhaben möchte, die Bestelldaten, das geht dann nicht. Bestellte müssen ja auch nicht an sein. Ich kriege das aber auch wenn du sagst, ich habe 10, du hast gar keine 10 mehr, weil du bist, du verkauft hast. Das ist bei den anderen ja genauso, das würde über wie es nicht in dieser Rechnung, Abrechnung und das war natürlich bezahlt, ist den Klaranbind und so weiter. Wir haben aber gerade die ganze Rechnung gehört, Stichwort, wie sieht es da aus, zum Beispiel mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen für das selbe Produkt in verschiedenen Ländern, wie sieht es aus, mit Rabattstaffeln, wie sieht es aus, überhaupt nicht so, aber schichten, die jedenfalls Kunden- oder länderspezifisch oder auch abbezifisch sein müssen, um eben auch rechtliche oder eben marktetechnische Verantwortung zu erlösen. Also die europäischen Steuerrechtlinien, die funktionieren mit der Sitzung, das können wir jetzt entsprechend aufsetzen und eine große Frage, da ist viel dran. Staffelpreise ist natürlich Kern-E-Commerce eigentlich, Rabatte, Regeln, die ganzen Geschichten, das ist natürlich da mit integriert. Da kann man nicht alles mit umsetzen, aber schon mehr als eigentlich, was ich jemals im Eindeutus gesehen habe, tatsächlich kommt Preise noch, außer marktieren, was alles geht. Aber letztendlich werden da doch immer nur für Standards benutzt, die hat da auch funktionieren. Aber das läuft eigentlich wieder, es geht zwar über das Backend von Magento, aber in der Praxis ist es dann doch meistens ausgelagert quasi. Ja, wie sieht es aus, dann, der Rabatt-Spot weiß eigentlich eher so ein Ding, so Sachen, wie du dann eben auch bestiebte Mindeste erreichen musst, aber dann eben abgeben, Zeit, um dann anders berechnen zu da, solche Sachen. Das ist nicht nur jetzt in dem einen Auftrag, sondern komplett so Sachen, wie du dann bei größeren Märkten auch so Sachen hast, so Karten, die du eben quasi schon sammelst und dann sagst, okay, ich habe jetzt 10.000 Euro im Einsatz erreicht, und sofort bin ich alles bei diesem gut, das soll ich noch mal an. Soll ich direkt dann komplettieren, das wäre eine Customer-Segment in Magetta, das ist diese früher genannte Ender-Fall-Sedition, die genau solche Regeln kann man damit abbilden, aber nicht in der Rapp-Oppen-Source. Aber was auch deine Frage beziehungsweise Steuersätzen, das kann ja schnell komplex werden, selbst wenn man nur in der EU verkauft, wenn man nur einen bestimmten Schwellenwert ist, braucht man ja dann auch eine Steuernummer des jeweiligen Landes, wenn du eine Industrie versendest, dann musst du plötzlich unterschiedliche Steuersätze verkaufen. Ja, das ist ein langsame ähnlich komplex wie es war in den verschiedenen Staaten. Für die Steuerberechnung, das funktioniert dann hieraus ein bisschen anders als wahrscheinlich in den meisten anderen großen Shop-Systemen. Also es ist nicht regelbasierend, sondern jeder Produkt kann verschiedene Preise haben, da kann man auch Dabassstoffen abdecken, unterschiedliche Steuersätze, für Europa gibt es auch einen Tag mit dem man die entsprechenden Steuern für das jeweilige Land berechnen kann, also bis die Steuern und bis die Steuern, je nachdem B2B, B2C. Letztendlich für hohe Stau würde ich aber einen der Anbieter empfehlen, die per API anbieten, die Abfrage wie hoch ist die Steuern und die Steuern zu diesem Produkt weil es einfach zu komplex ist oder jetzt zu komplex ist um das in Regeln zu fassen. Was du gerade noch genannt hast mit verschiedenen Rabattstaffeln gedacht eben was man erreicht hat. Das geht in Armee auch ziemlich leicht weil man über entsprechende Service Provider haben in dem Fall Service Provider für Rabattstaffeln dass man in denen natürlich alles leicht implementieren kann was man sich vorstellen kann. Der Nachteil davon ist natürlich es ist nicht wie beim Regeln basierenden System wo du sagst ich hätte gerne wenn was dann das sondern du musst dann wirklich selber PHP schreiben aber dafür kann man alles aus dem gegen diesen Transparenz setzen. Zu Rabattstaffeln das kann gerade mitgebracht Tabelle machen also man kann halt Sonderpreise zeitlich beschränkt einstellen also das was man aus Typo3 kennt mit dieser Preis geht von dann bis dann um Weihnachtsaktionen oder was auch immer umzusetzen man kann diese auch auf Benutzergruppen einschränken man kann Mengenrabatte umsetzen und die auch sozusagen die Mengenrabatte auf Benutzergruppen einschränken das wird natürlich ein Typo3 backend dann irgendwann etwas anstrengend also wenn man da halt sozusagen sehr viele Staffeln hat und vielleicht auch vier oder fünf Benutzergruppen abdecken möchte kommt man zumindest über ein TCA da irgendwo auch an seine Grenze um die Möglichkeit finden die Produkte von extern zu befüllen also das ist prinzipiell möglich und CAD rechnet halt sozusagen für den Kunden immer den günstigsten Preis aus also je nachdem welche ob der Mingerabatt günstiger ist oder sozusagen der andere zeitliche Fokus kommt halt für den Kunden mal der günstigste Preis raus Steuersätze lassen sich halt über Tyroscript konfigurieren also ich kann halt sozusagen pro Rechnungsland Steuerklassen entsprechend definieren und die werden dann halt eben entsprechend umgestellt was das nicht europäische ausland die schweiz schon wieder teilweise zu einer Ausbildung wird aber im Prinzip für die Fälle die wir bis jetzt hatten konnten wir das halt in der Regel umsetzen nicht europäisches ausland die schweiz ja ist das länderbasiert oder wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland so sagen dass z.B. Namus und andere Sachen andere mehr Steuersätze zu haben als definieren und sagen dieses Produkt ist halt sozusagen reduzierter Steuersatz und jenes das schwierig wird es halt bei Produkten die halt in Deutschland vielleicht einen reduzierten Steuersatz haben und in Österreich dann wiederum nicht da müsste man halt eben eine eigene Steuerklasse finden die halt genau das abbildet also wenn es halt so ein Beispiel ich weiß nicht was dann ein gutes Beispiel ist ich kenne halt sozusagen die Protokolle nicht wo sich das halt unterscheidet solche Geschichten werden halt schwierig vor allen Dingen auch für den Redakteur dann halt die entsprechende Steuerklasse rauszusuchen weil er dann sagen müsste ich habe jetzt nur einen reduzierten Steuersatz zweimal der eine gilt halt sozusagen länderübergreifend und der nächste hat halt sozusagen die Einschränkung dass halt irgendwie das Produkt in irgendeinem Land nicht reduziert ist ok also die letzte Antwort diese Standard Rabattierung Sachen habe ich gleich mit dem Tier wie bei dir also ich müsste die darstellt aber ich kann es machen was du gesagt hast ich habe es dann vielleicht noch über CRM gekoppelt dass wenn ich so und so viel gekauft habe ich kann also die Preistasse starten wenn ich das mache vielleicht mit dem Jobsystem oder CRM oder sonst was bei diesen ganzen Steuersachen weiß ich das am Anfang dass wir so gemacht haben das Commerce ganz ohne Steuern kam man eigene Extensions installiert muss die Steuersachen die wir entsprechend brauchen dass es entsprechend geht und eigentlich wenn man um dieses Steuerthema diskutiert würde ich vielleicht eher nochmal mit dann würde ich sagen vielen Dank an euch und ich denke wir haben einen guten Überblick mal zu kommen unter die Eigenheiten wenn es noch Fragen gibt dann würde ich auch an alle dann jetzt noch bestimmte auch da wenden und ich danke euch fürs Zuhören Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.